Der Zug oder was? Wo? Ach da! Der sieht uns jetzt. Sowieso nicht. Der wird jetzt da hinten rausfahren und jetzt bei Fremdfirmen raus. Ja, und jetzt über die Straße hinkommen. Wir sehen ihn ja da vorne. Ey, das könnte jetzt echt richtig lustig werden, weil der fährt hier safe out drüber, weil das schon abgesät ist. Ich auch. Lass mal, wenn der kommt, ein bisschen mit dem spielen. Und dann fahren wir einfach geradeaus da, wo wir gestern hochgefahren sind. Ja. Da fahren wir dann runter und direkt Hühnerberg. Ja. Das Ding ist halt, den kriegen wir, glaube ich, nicht so schnell los wie ein Polizeiauto auf dem Hühnerberg. Sonst fahren wir einfach den einen Hühklimm. Da, wo wir gestern auch waren. Vorgestern. Ja. Da ist er. Da ist er. Der kommt auf jeden Fall. Bremst ab und kommt. Ist meine GoPro dreckig? Der wird unten lang kommen. Nee, da kommt er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.